Digga, können wir nicht erstmal die Aufnahme starten, bevor wir uns machen? Das sieht genau so aus wie das davor, Digga. Das ist ja 1 zu 1 ne Kopie von dem Haus davor. Digga, okay, jetzt scheint ich drauf geschissen. Du musst halt einfach in deinen Apps gehen und dann halt einfach reinverwalten. Ich bin auch ein mega kreativer Spieler, Alter. Weißt du, bei mir läuft's richtig. 200 IQ. Das sieht genau so aus wie vorher. Der Boden, einfach alles. Der Boden, Digga? Letzte Staffel war das komplett anderer Boden, Junge. Bodentechnisch hier ist komplett eine andere Geschichte. Letztes Mal war alles aus Kobbel. Echt mal? Hä, was? Ne? Bist du bescheuert? Kobbel? Ich brauch nie was aus Kobbel, Alter, wird's mich verarschen. Aus Kobbel, Digga. Wie so ein Obdachloser, er kann sich keine bessere Sterne leisten. Am besten noch Wände aus Dirt oder was? Ja, drauf geschissen jetzt, wir machen jetzt aber hier Aufnahmen und so. Bevor es hier Ewigkeiten dauert, bevor wir hier in den Start fällen, auf jeden Fall willkommen zurück zu Let's Play. Minecraft LPT Staffel Nr. 4. Ja, was geht los? Richtig ist auch endlich am Start. Hey, ich kann das Projekt richtig losgehen, denn Rikes ist zum Schaden. Nein, Spaß. Was? Oh ne. Raus! Da fehlt noch Zars. Hey, Zars. Rixi, brauchst du noch, äh, schon ein bisschen was? Äh, Eisen oder so? Rysix, brauchst du irgendwas? Ja, ich brauch alles, ich hab doch gar nichts. Komm mit. Hosen bitte einbosen, kleine Spende bitte, kleine Spende. Kleine Spende, musst du machen, Digga. Kleine Spende, kleine Spende. Kleine Spende! Gehen wir das. Ich nehme alle Spenden an, ich beschwere mich nicht. Ich hab gar nichts. Neher sagt er, was du gibst nur noch Eisen, Digga, keine Diamanten? Du bist für ein Fall. Oh, oh Gott. Ich hab doch grad gesagt, sollte mitkommen, Mann. Ich will dich in meinen Keller entspannen. Ach, ich möchte dir Zeug geben. Hier ist Stefan seine Inzestfarm. Ey, 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 so wird das Ding nicht genannt, Digga. Das ist immer noch eine... Inzestfarm? Digga, das waren am Anfang zwei Kühe. Das ist unausweislich, dass irgendwann Inzest stattfindet. Verstehst du? Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Es ist unausweichlich. Es musste irgendwann passieren, weißt du? Was machst du? Aber keine Sorge, die haben ein Dach. Das heißt, sie sind vor Gott versteckt mit ihren Sünden. Stefan, darf man sich hier aus der Kiste wieder Sachen rausnehmen? Äh, außer diese komische grobe Erde, ja. Ja. Keiner hat meinen coolen Witz verstanden, Alter. Mein Gott, was da ist. Was für ein Witz, komm, warte mal, seid mal ruhig jetzt alle hier. Los, hau mal raus, wie geht der? Hau mal raus. Ja, wo du gesagt hast, Inzestfarm mit den Kühen, aber ich sag, what are you doing, Step Cow? War doch nice, Digga. War doch nice, Digga, war doch nice. Oh Gott, eigentlich Stepfather und so Dress. Auch du nicht weißt, was ich meine. Lauter nicht, Digga. Was willst du? Alter, ich hab noch ein Herz. What the fuck, chill mal, chill mal. Ich brauch jetzt was zu essen. Brauchst du sowas, brauchst du sowas, brauchst du sowas? Hier genau so. Lecker, ne? Ja, komm mit rein in mein Haus, komm mit rein hier. Was kann ich dir? Komm mit rein. Du musst die so ertrunkenen killen. Wenn die einen in Hand haben, musst du die killen. So, ich nehme mir kurz das Eisen und das Gold. Ey, hab mir die Äpfel, hier sind Äpfel da. Hier hab ich die Äpfel hingeschmissen. Oh, nice, Alter. Erstmal Phrasen. Phrasen. So, brauchst du noch Eisen oder sowas? Schauen wir uns mal die Wüste an, Digga. Na klar, Digga, gib her. Sag gleich hinein. Hier kriegst 15 Eisen kriegst du hier. Eisenbahn hier vorne. Oh, dankeschön, dankeschön, vielen Dank. Warte, ich kann dir Schuhe geben, Rytex, aus Leder. Kann ich auch was haben? Ich nehme aber nur Yeezys, Digga. Das ist Oktober Red, Alter, pass auf, Junge. Das sind die richtig heftigen. Kann ich auch was haben, ich hab noch kein Eisen, ich hab nur Holz-Items. Kennst du denn, Rytex? Wenn du was brauchst... Wenn du was brauchst, kommst du zu mir, Alter. Ich hab hier, ich hab den ganzen heißen Scheiß hier. Oh, vier Leder, danke, Alter. Ja, daraus kannst du dir... Hat jemand, hat jemand drei Eisen für mich? Weiß ich's. Vorher hast du Leder, du sag jetzt nicht, du warst jetzt bei mir, äh... Dumm, dumm, dumm. Ich hab da hinten nur gefarmt. Nein, du bist Wender Level 1 Krook. Nee, 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 nee. Ich meinte dich, Digga, weil du, äh, dieses Spitzlack hast. Ja, deswegen ja. Du bist Level 1 Krook. Weil ich auch seit zwei Sekunden auf dem Server bin, schön war dein Leben. So. Diese Werbung ist so schlecht gemacht. Beste Werbung, Alter, keiner redet über was anderes Gefühl, weißt du? Beste Werbung auf jeden Fall. Also Marketing-technisch, Alter, haben die da mal einen Vogel abgeschossen, also ganz ehrlich. Also besser hätten sie's nie machen können. Was für ne Werbung denn? Kennst du, du kennst doch das mit Level 1 Krook und so'n Scheiß, das ist beste Werbung, Junge. Das ist überall. Die brauchen nicht mal, die brauchen nicht mal Geld für Sendeplätze oder so bezahlen, Alter. PewDiePie macht das schon freiwillig, Alter. Ist überall, Digga. Ich weiß nicht, ob jetzt die Sonne untergeht. Ja. It's so sad. Wer, ey. Habt ihr hier Karotten, Kartoffeln? Habt ihr irgendwie so'n Shit oder so? Ich hab noch nichts angebaut, also ich hab noch keine Karotten angebaut. Alter, das Haus sieht ja mal mega geil aus. Wem gehört das denn? Welches? Da, wo ich jetzt gerade bin. Das ist so orangenen Ton oder so. Meinst du, das ist ein Turm? Oder was meinst du? Orangen... Orangener Ton. Ton. T-O-N. Mit jeder oder was? Digga, wer hat das schon wieder vorne bei mir gebaut hier? Warum bauen alle immer bei mir denn hier? Ey, wie sick sieht denn dieses Haus aus? Das sieht immer übel Standard aus zum Teil. Digga, das sieht so geil aus, dieses Haus. Echt mal, das kann man auch die Hände bei sich behalten. Das Haus siehst du nicht so oft. Ich weiß, das Haus, Digga. Ja, bin mal gespannt, was du so zusammen Schuss anbricht. Gibt's hier überhaupt... Gibt's hier überhaupt eine Materialien oder sowas? Oder habt ihr sowieso die gesamte Karte abgewarmt? Also wir haben noch gar... Also in der Höhle war noch so gut wie gar keine so richtig gewesen. Das wundert mich selber sogar. Hat jemand 3 und fast nichts? Aber was spielen wir? Normal? Normal erstmal noch. Ich wollte jetzt erst zum nächsten Mal so langsam auf schwer umschalten. Aber bis dahin draußen müssen. Also langsam, wo alle Leute sich eingespielt haben. Da hätten erste Aufnahme für mich. Ja, 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 genau. Deswegen warte ich auch noch so ein bisschen, weißt du? Ja, auch. Mark Burnout, Junge. Oh, oh! Junge. Ich wollte halt nicht, dass du reinkommst und direkt drauf gehst, weißt du? Junge, ich hab keine Waffe, ich hab nichts. Ja, du hast... Also ich hab dir 15 da einen gegeben. Wie viele halten denn diese Zombies aus? Ja, es gibt unterschiedliche Zombies. Oh, du bist tot, oh, du bist tot, oh, du bist tot. Oh mein Gott, ich lebe noch. Stefan, ich hab hier 49 Sitzlinge, wenn du brauchst. Ja, gib her, schmeiß ich mal in den Ofen. Hat jemand Samen? Digga, du musst nicht jedes Einzelnen droppen, ne? Du kannst auch einfach nehmen und dann hier hinschmeißen, ne? Du brauchst nicht jedes Einzelnen droppen die ganze Zeit, okay? Oh, okay, ich bin tot. Ja, das war's, das war's, das war's, das war's. Digga, wo bist du denn? Ich bin hier beim Fluss gestorben, Digga. Ich sag dir jetzt schon mal. Ihr habt schon nur Connection-Probleme. Gleich bin ich im Chat tot, Digga. Wo bist du denn? Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ich versuch Holz zu farmen, aber ich starte genau in der Nacht, Digga. Das ist so lächerlich. Du weißt schon, dass du auch einfach von meiner Haustür Holz farmen kannst, ne? Ja, ich hab jetzt einen sicheren Ort gefunden. Okay. Bergbank, nice. Was ich empfehlen kann, ist irgendwo im Wasser farmen. Weil da die Zombies da wegmachen, dann kriegst du sehr wahrscheinlich einen Dreizeit und der ist super OP. Okay. Ja, du stöde Skinner, Alter. Nice. Ich bin tot. Wieso sterbt ihr, Alter? Was ist los bei euch? Ich hab noch keine Full-Eiren-Ristung. Äh, lad mal bitte, nimm den Gang. Ich bin... Ich bin... ...esio, Alter. Der Milch. Okay, warte, ich schicke gleich nochmal Einladung. Ey, jedes Mal, ne, wenn ich außerhalb dieses Spiels gehe, hab ich immer Schiss, dass das Ding gleich abschmiert, ne? Ich hab nur noch einen einzigen Apfel, Alter. Ich seh' dich gerade, du bist direkt vor mir. Das geht. Ich habe nix. Ich habe... ...Stein. Willst du noch mehr zu essen haben? Ich hab nicht mal zu Steins, Digga. Du hast Steins, Digga. Kann ich auch was zu essen haben? Äh, Stefan? Ich hab nix. Ich habe Hunger jetzt gleich. Na, musst du zu meiner Hause kommen. Ich hab ein paar Hunger im Gesicht. Digga, ich hab die FF für GG. Würdest du mich verarschen? Wie viel würdest du noch haben? Sag mal, ein bisschen produktiv da hinten. Ich hab jetzt gar keinen Apfel mehr. Den muss ich jetzt essen. Jetzt hab ich Süß da. Hier ist noch ein Apfel. Digga, ich hab hier nicht genug... Digga, ich hab hier nicht so viel, um hier alle durchzufüttern. Ich fresse die Kleider vom Leib, Digga. Ich hab mehr Hunger als du. Ich hab mehr Hunger als du. Ich hab mehr Hunger als du. Ja, weg. Ich hab mehr Hunger als du, Alter. In Minecraft. Ich hab mehr Hunger als du. Hunger, Hunger, Hunger. Hier, ich hab drei Slice. Kann ich das in den Ofen reinpacken? Nein. In den Ofen reinpacken? Raus holen, raus holen, raus holen. Könnt ihr mal aufhören die ganze Zeit vor meiner Haustür? Was wollt ihr? Hast du es für mich zubraut? Was? Was? Kostenlose Nahrung? Boah, Junge, Alter. Wie die letztens schon mal rotzt der überall, ne? In jeder Ecke. Gut gemacht, das ist die. Oh, es ist ins Tod. Es ist Schwerkraft zum Opfer. Ja. Ja, wenn man dicker ist, kriegt man halt mehr Falscher, ne? Das macht Sinn. Oh, Iron Man. Ehre genommen. Wollen wir deine ganze Zeit den Sessi mitzugeben? Was willst du von mir? Please, don't do it. Hier, du kannst dir dein Hamlet-Fleisch da gleich rausholen, okay? Dein Hamlet-Fleisch. Hamlet-Fleisch. Keine Ahnung, was haben wir hier? Verdammt. Ich bin eigentlich immer noch bei erstmal Kühe zu vermeiden, damit man irgendwann ja richtig schön farben kann. Weil ich glaub, bis ich soweit bin, dauert's noch. Fall dir mein scheiß Huhn hier drin, da liegt nicht ein einziges Ei. Rhythex, willst du ein Bett? Ach, ja doch, Rhythex. Doch, das ist halt eingelegt. Jetzt hab ich auch gesagt, aber... Ja, ja. Rhythex ist da, das ist voller. Ja, chill, kurz vor dir den Baum ab. Los, Kühe. Knatter, halt. Äh, hier, Stefan. Ich hab... Ich hab drei Weizen-Samen für dich. Wende. Digga, ich brauch keine Samen, Alter. Was ist los? Ja, egal. Ja, danke, danke, danke. Ich bau mir gleich noch eine größere Farbe, einfach weil ich unbedingt viel mehr Eisen... Gibt's die rote Farbe? Weizen braucht, Digga. Nicht Eisen. Äh, Stefan. Äh, hattest du mir ein paar Facken gegeben? Das ist lila. Weil ich hab halt einen Kodler und so. Digga. Digga, was ist denn heute los, Junge? Warum battlen alle bei mir? Ich bin kruppelnden aus. Digga, no joke. Alter, alle nur am battlen, Digga. Ja, du bist der Schlimmste. Hey, was? Hast du mal Essen? Hast du mal Essen? Digga, ich hab dir Eisen und Essen gegeben. Jeder normale Minecraft-Spieler wird daraus jetzt was machen. Und du? Kommst du wieder? Hast du noch mehr zu essen? Lol. Ja, was denn? Ich krieg die ganze Zeit schaden, Alter. Digga, ich hab dir elf Äpfel gegeben. Elf Äpfel, damit kannst du schon auch nicht anfangen. Elf Ätzel hast du gegeben. Ja, ich hab ihm elf Äpfel gegeben, Digga. 5 Minuten später steht er wieder vor meiner Hause. Digga, hast du noch mehr? Die machen gesund. Die machen dich fest. Digga, ich dachte, du bist Wicke-Anne, Alter. Müssen die Äpfel nicht doppelt so gut schmecken? Aber es ist nur am Essen. Nur am Fressen. Deswegen ist es ja auch ein fieser Fettsack. Deswegen nennen die Leute immer noch immer so. Genau. RACING-Spieler, aka Fieser Fettsack. Kennst du das? Weißt du aus welchem Film das ist, oder? Junge, das klingt irgendwie wie so der Dicke Michi aus dem wilden Kerlenfilm. Der Dicke Michi. Der Dicke Michi. Der Dicke Michi. Digger, der fiese Fettsack ist aus Austin Powers, Junge. Der hat später eine Seltwitch-Eat gemacht und hat abgenommen, Alter. Ich bin scheuer. Das war damals einfach zu gut, Junge. Der fiese Fettsack. Ich glaube, diese Wien hier kann ich ja nicht vergessen. Ich glaube, ich muss mir echt mal wieder eine neue anlegen. Ein bisschen tiefer. Stefan, du hast noch nichts dagegen, wenn ich... Stefan? Stefan. Was willst du? Guck mal, ich komme durcheinander. Hast du was dagegen, wenn ich dir zwei Kühe abziehe? Ja. Vor allem das Wort abziehen hilft bestimmt bei deiner Bettlerei. Kannst du sagen, kann ich mir zwei Kühe ausleihen oder sowas? Nee, ich zieh dir zwei Kühe ab. Hast du was dagegen? Abgezogen, Alter. Na klar, Digga, kein Problem. Das kickt schon sofort versprechend. Digga, da habe ich so viel von, ne? Uff. Kein Grund, warum ich das ablehnen müsste, Digga. Na ja, versuch. Schauen wir uns mal die Büste an. Da geht es irgendwie schon zum 20. Mal. Ich bin immer noch nicht bei der Büste angekommen. Ich spreche es in fünf Minuten. Alter, du bist ja echt ein langsamer Fettsack. Weißt du das, Alter? Oder stehst du vor Stefan sein Haustier? Ja, die Äpfel... Der Rentlose kommt wieder und steht ja wieder vor meiner Haustier. Was soll ich was zu essen? Was soll ich was zu essen? Kannst du bitte aufhören von meiner... Kannst du bitte aufhören von meinem kühnen Fleisch zu essen, Alter? Die wissen alle schon, dass die irgendwas zu Big Macs wären, Alter. Guck, die wollen schon flüchten. Können sie aber nicht, weißt du warum? Weil hier ein Zaun ist, deswegen. Ja, aber weghauen. Ey. Oh mein Gott, Digga, auf einmal steht hier nicht mehr ein fetter Kühe an. Ah, nee, ist ein Zombie, Leute. So, jetzt weg hier, ist meine Farm. Baut ihr was einlasst. Wär auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr nicht alle bei mir in der Nähe bauen würdet. Ich glaub, hier hat auch schon einer auf dem Berg gebaut, aber das könnte ich glaube ich abreißen. Ja, äh, was hat die Tür? Also Stefan, mach kurz hinten bei... Da, wo der Berg ist, hinter deinem Haus. Nein, den darfst du nicht bauen. Äh, da runter. Ein zum Fluss dahin. Hier hinten, hier rechts 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 rechts. Ja, wo ne Fackel ist, dass es leuchtet. Ah, was ich mein? Ach du hier unten. Ja hier, ich bin auf dem Berg hier. Ist die okay? Ja, wenn du da bauen willst, kannst du da gerne bauen. Oh, hier ne Treppe nach oben, so Game Adjuster Naja, mach was du willst, ich sag mal so Game Adjuster, ich weiß nicht, ob der noch mitmacht oder so Der ist jetzt auch schon irgendwie, ich glaub beim ersten Mal war der dabei und danach nicht mehr Keine Ahnung, was da los ist Darf ich vielleicht, wenn er, da wo er jetzt oben gebaut, oder? Ne, da wo er jetzt gebaut hat, ich sag mal so, wenn er nächsten Tage nicht onkommt oder so Also nächste Aufnahme, dann baue ich's halt ab, ne, dann baue ich meins da halt weiter Die nächsten Tage, also wenn die nächsten Tage nicht onkommt, dann kann er nicht mitmachen Auch weil ich reinkommen kann Ja, Digga, sagen wir mal so, noch zwei Aufnahmen und dann reiß ich die Scheiße hier ab Dann, äh, muss ich komplett los Sein Grundstück oben Ja, weil der hat hier gebaut, wo ich auch gerne bauen würde Und wenn er halt weg ist, dann, äh, baue ich hier halt Also die Meister, wo ich meinen Turm gebaut habe Ist da, glaub ich, relativ in der Nähe Aber halt nicht direkt dort